Guck mal, meine Nachbarin, das ist ein richtig scharfes Gerät und da gebe ich mir richtig Mühe. Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Valentinstag, Tagestag, immer mit feinen Geschenken beglückt. Topflappen, einen Tortenheber, Käsemesser, Müslischüssel. Ja und da kam ich auf die Idee, mit der Karikatur aus dem Internet von mir. Ja das ist doch mal was ordentliches. Ja das können die sich über einen Kamin hängen oder in die Küche. Und da kriege ich von der ja auch immer was zurückgeschenkt. Ja aber dann immer so eine nützliche Scheiße, so wie Socken und Unterhosen und so weiter. Die sollen mir mal lieber sowas cooles schenken. Ja so ein Bild von sich und und ihrer kleinen Schwester. Ja da freue ich mich. Ja und die machen Karikaturen zu jedem Thema. Hobbys, Liebe, Hochzeit, Sport, Beruf. Und dann schickst du einfach ein Foto ein und dann machen die daraus eine feine Karikatur. Zum Beispiel von deinem Hobby. Jetzt hier in dem Fall Fußball. Das ist ja meins. Ja und die drucken das auch auf Tassen. T-Shirts, Puzzle, Mauspads, Kissen, Schürze, Spardose, Klemmbrett, Handtuch und Trinkflaschen. Ja und du wählst aus Karikatur oder Pop-Art Zeichnung. Ey und der Hammer ist, das ist alles super billig und geizig geil. Jetzt werde ich erstmal zu meiner Nachbarin runterstiefeln. Hier mit meinem neuen Geschenk für sie. Ja und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ey dann kriege ich die. Mmh! Vielen Dank.